heiho und willkommen zurück meine lieben rollenspiel und dann schon freunde zu legend of remorque labyrinth of lies ja einfach aus gewohnheit ein quicksave machen ja die letzte aufnahme session im jahr 2017 für mich mit legend of remorque das ganze abschließen also das jahr nicht das spiel das projekt dafür haben wir noch ein bisschen was vor uns uns hätte ich noch hier ein gebiet shadow light die weit haben wir noch nicht fertig und ich tracier auch noch nicht das wird also doch alles ganz ganz lustig werden aber erstmal müssen wir die dream fields fertig kriegen und dann fehlt uns hier noch ein gebiet das müsste allerdings die andere wird sein der land sind wir eigentlich fertig bis auf das fitzchen hier oben wo ich noch rausfinden muss wie wir da reinkommen und ja du empfiehlst bei den norden haben wir im großen und ganzen abgeschlossen ich gucke noch mal in den walktools wie man hier reinkommen können dass wir das vielleicht auch noch machen können also ich werde auch irgendwann mal noch nachgucken möchte ist wo ist es ist es hier auger feuer tanz wie man hier in den secret raum reinkommt und wie man die fallen sachen findet ja alter of light da waren wir schon drin da ist ein alter des lichts noch wir haben die alter des lichts noch in den minen den hier und da muss ich herausfinden wo der letzte alter des lichts ist der uns noch fehlt mal sehen jetzt aber erst einmal diese sache hier klären hier scheint ein teleporter zu sein hinter der wand ja der ist hier ok machen wir mal das licht her ein secret haben wir gefunden ein secret ok bist du der traumfresser oder was auch auch der ihr panimor to get off of a fair so we will crush you wenkwisch die mste la nekon has held it to watch us in prison dreamlands well done 50.000 erfahrungspunkte und wir porten uns immer noch durch die gegend ja und zwar ohne Muster oder wie könnten wir das bitte irgendwie äh abstellen wie gesagt ich habe keine Ahnung wie ich mich gerade hier porte also ich gehe jetzt eins nach vorne und werde irgendwann eine Wand geportet okay ah Ausgang gut da ist der Weg da lang weiter also ja der war nur ein einziger Watcher der uns hier böse mitgespielt hat und ich glaube damit sind wir jetzt fast alles abgegangen hier waren wir hier waren wir nämlich noch nicht ja das sieht so aus als ob das alles war ja ja aber der Teleport funktioniert halt noch hier drin na das konnte ich nicht abschießen also anhauen ich habe nämlich keine Ahnung was mir das jetzt gebracht haben soll außer dass ich halt Erfahrungspunkte gekriegt habe das war doch gar nicht mal so schlecht an Erfahrungspunkten Port 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 ja das habe ich alles notiert gehabt das da haben wir halt noch nicht gelöst ja ich müsste mir echt aufschreiben wo was hinführt aber bis ich das dann alles zusammen habe ich glaube das kann eine Weile dauern das kann eine Weile dauern ja ich land wieder hier jetzt bin ich hier an der Wand bin ich wieder irgendwo anders und jetzt bin ich draußen wobei hier rauskommen ja eigentlich recht einfach ist nämlich einfach schlafen und ich bin wieder zurück im Labyrinth so wieder ein Beutel den ich ablegen kann irgendwo hier habe ich doch auch Schlüssel gesammelt gesammelt soweit ich weiß weil ich hatte jede Menge Schlüssel aus dem hohen Norden übrig ja hier so noch so ein Decker den wir nicht brauchen das Ding bringt uns leider nichts Flasch können wir auch wegpacken können wir auch wegpacken sehr viele Knochen sehr viele Knochen ja ziemlich viele Knochen bling 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 amulet of wisdom das Ding wiegt nicht viel also kannst ruhig mal das hier sind die ganzen Sachen die wir aus dem Dream Chaser Ding also aus dem Field of Dreams raus haben der Guardian Stuff ist halt Stuff Defense er ist halt saumäßig stark aber uff ob wir den benutzen sollen bei den Wunderlandern würde ich um gern aus der Hand geben und den Philosopher Stone eigentlich auch nicht und er hat den Orb of Divinity der auch verdammt mächtig ist und seinen Spirit Blossom Wund der auch nicht schlecht ist also nicht so wirklich dann packen wir das hier auch mal da rein und platzieren es hier bei den wichtigen Sachen beim Fjordian Blade nämlich so Elektro Kinetic Pulse den haben wir auch bereits gelernt und ja der 5 Kilo schwere Speer kann weg außer ich kann ihn transportieren nein kann ich nicht gut das Ding das ist um Equipment aufzuladen ich bräuchte halt wirklich noch einen Sack für Rezepte weil hier ist alles mit Rezepten voll und das ist eine Divine Tincture die Cursed Waffen entcursen kann ja nur dass die Cursed Waffe an die ich gerade denke weiter oben liegt und das Muramasa Blade ist Cursed das könnten wir zum Beispiel entcursen so ist aber leider immer noch nicht so stark wie das Ding hier auch wenn es um einiges schneller ist ach jetzt bin ich auf der Maus verrutscht aber da das Blade so mächtig hier ist legen wir es mal auch hier dazu zu den Sachen wie gesagt wir könnten noch ein paar Säcke gebrauchen gut 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 das ist alles soweit geklärt das ist ein Notizzack der bringt uns leider nichts und hier hinten hatten wir nur eine Kiste da aber keine Säcke mehr übrig schade ja und hier wollte ich eh hin zu Gandalfs Workshop aber nicht jetzt obwohl das können wir jetzt gleich machen wir sind ja recht voll eigentlich nur sie hat immer noch zu wenig Platz im Inventar da würde ich nämlich die Sachen hier noch in einen Sack packen und das kannst du ruhig nochmal nehmen gut quick save und dann gib mir mal unseren Dark Vortex dann gucken wir uns mal der Shadow Light Divide auf dieser Ebene an